Okay, ich glaube, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Michael Stapelberg und das Thema dieses Vortrags lautet Kinex. Das ist der Überbegriffstitel für die ganzen Modifikationen an meiner Kinesis-Tastatur, die ich in den letzten Monaten vorgenommen habe. Zuerst möchte ich euch erzählen, was in meinem Vortrag vorkommt. Der ist in drei große Teile aufgeteilt. Zum einen habe ich einen eigenen Keyboard-Controller entwickelt. Dann habe ich dazu passend einen eigenen USB-Hub entwickelt und zu guter Letzt habe ich dann die Arbeit, die ich mir gemacht habe, genutzt, um damit Input-Latency-Messungen durchzuführen. Ich werde euch in jedem dieser Teile noch genauer motivieren, was da genau passiert und wieso und weshalb und was ich daraus gelernt habe. Am Ende des Vortrags werden wir noch ein paar Minuten Zeit haben für Fragen und Antworten. Wenn ihr allerdings Fragen habt, bei denen ihr denkt, dass sie das unmittelbare Verständnis des Vortrags behindern, wenn die nicht beantwortet werden, dann meldet euch bitte und dann können wir das auch zwischendurch machen. Gut, fangen wir an mit dem eigenen Keyboard-Controller. Was ist die Motivation dafür? Ich benutze die Kinesis-Advantage-Tastatur seit 2008, das heißt mittlerweile zehn Jahre und es ist eine super Tastatur, die beste Tastatur, die ich je hatte. Sie kostet auch entsprechend viel, aber wenn man das mal investiert hat, dann ist man damit üblicherweise zufrieden. Zwei Sachen haben mich allerdings daran gestört. Das eine ist, dass die Tastatur mit den braunen Cherry MX Tastenmodulen kommt, standardmäßig und das andere ist der Stuck-Modifier-Bug. Ich erkläre es euch jetzt noch genauer, was das bedeutet. Wenn man auf der Cherry-Seite schaut, das ist die Firma, die die allermeisten Tastenmodule herstellt, dann sieht man diese Auflistung hier. Die haben verschiedene farbige Tastenmodule, damit man auch erkennen kann, welchen man da gerade vor sich hat. Und die Kinesis-Tastatur kommt eben mit dem Soft-Tactile, also die braune Variante. Ich persönlich habe lieber die blaue Variante, ich habe die schon viele Jahre vorher benutzt und ich wollte die gerne weiter benutzen. Ich habe mich dann erkundigt, ich habe bei Kinesis angefragt, Kinesis ist übrigens eine Firma, die sehr freundlich ist gegenüber Bastlern, und habe die gefragt, hey, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ihr mir eine Kinesis-Tastatur verkaufen könntet, die blaue Cherry MX Tastenmodule hat? Dann meinten sie, ja, nee, können wir leider nicht machen, aber hey, wie wäre es denn, wenn wir dir einfach die PCBs schicken? Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und das kam dann ein bisschen später in der Post. Und was man hier sieht auf der linken Seite, die Kinesis-Tastatur ist eben so gewölbt, also ich habe hier sie auch dabei. Das ist eben einfach dafür, dass man so quasi mit der Hand so reingreifen kann und das ist dann ergonomisch damit zu tippen. Und wie die das machen eigentlich, mechanisch ist interessant, dieses PCB ist nämlich einfach ein bisschen dünner als die normalen Leiterplatten. Und dadurch kann man das dann so biegen, das seht ihr auf dem rechten Bild. Und dann ist die Sache eigentlich relativ einfach, oder? Man kauft sich seine Lieblingstastenmodule, bestellt sich die PCBs bei Kinesis, lötet das alles zusammen und schon hat man seine Lieblingstastenmodule in der Tastatur. Eine Sache gibt es noch zu beachten. Was ihr hier abgebildet seht, ist eine sogenannte Tastatur-Matrix. Bei einer Tastatur ist es nämlich nicht so, dass jede einzelne Taste mit einem Mikrocontroller verkabelt ist, sondern um Kontakte zu sparen, benutzt man eben so eine Matrix-Verkabelung. Das heißt, man teilt die Tasten in Reihen und Spalten auf und dann kann man die so nacheinander abscannen. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass drei der Schalter geschlossen sind, der vierte aber nicht. Aber was hier passiert ist, aufgrund deswegen, wie die Matrix verkabelt ist, wird der vierte Schalter auch als geschlossen eingelesen. Und diesen Effekt, den nennt man Ghosting. Das heißt, man drückt drei Tasten gleichzeitig und eine vierte wird erzeugt, ohne dass man es eigentlich machen wollte. Das ist natürlich ein Effekt, der nicht gewünscht ist. Man möchte natürlich nur, dass Tasten erkannt werden, die man auch tatsächlich gedrückt hat. Und da gibt es mehrere Methoden, um dieses Problem jetzt zu lösen. Die Methode, für die sich Kinesis entschieden hat, ist, Dioden zu verwenden, damit der Strom eben nicht auf diese ungünstige Art und Weise durch die Schaltung fließen kann. Jetzt ist es so, dass Cherry also die blauen Tastenmodule auch hat, mit der Variante, in der eine Diode eingebaut ist. Allerdings ist es so, dass diese spezifische Variante schwierig zu bekommen ist. Wenn man also in den großen Elektronik-Shops nachschaut, also bei DigiKey oder Mauser oder wo auch immer, dann findet man üblicherweise die Cherry-Tastenmodule in allen möglichen Varianten, aber eben nicht mit Dioden. Wie kommt man jetzt an die Variante mit Dioden? Es gibt drei Varianten, die ich alle ausprobiert habe, die also alle funktionieren. Die erste ist, man fragt mal freundlich bei Cherry nach. Könnte man von denen Samples haben? Wenn man gerade an so einem eigenen Projekt arbeitet, dann wollen die einen vielleicht unterstützen. Das ist auch super komfortabel, wenn man da jemanden tatsächlich erreicht, dann schicken die einem per Express das zu und am nächsten Tag hat man sie schon. Kann ich empfehlen. Kann man aber moralisch gesehen nicht zu häufig machen. Dann die zweite Variante ist im Desk-Authority-Forum, in dem sich ganz viele Keyboard-Nuts treffen, gibt es Gruppenbestellungen. Mittlerweile ist es soweit automatisiert, dass es dort einen Nutzer gibt, das ist ein Bot und dem schickt man eine PM und sagt, ich möchte gerne folgende Tastenmodule bestellen und dann schickt er einem eine Rechnung, man bezahlt es und irgendwann kriegt man die Module. Allerdings dauert es recht lang, also ich habe irgendwie zwei Monate auf meine Tasten warten müssen. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich sie in die Schweiz habe bestellt und vielleicht hat das die ganze Sache verkompliziert. Die dritte und langwierigste Methode ist, man kauft sich einfach nicht nur die Tastenmodule, sondern auch einen Haufen Dioden, macht alle Tasten auf und steckt die Dioden rein. Funktioniert genauso gut. Man sollte darauf achten, in welche Richtung man sie reinsteckt. Ja bitte. Müssen die Dioden unbedingt in die Taste oder kann man das auch auf der Platine? Die Frage war hier, müssen die Dioden unbedingt in die Taste rein oder kann man das auf der Platine machen? Könnte man theoretisch auch auf der Platine machen, ja. Ich sehe eigentlich im Moment keinen Grund, wieso man das in die Taste rein, außer dass das halt so ist, wie es vorgesehen war. Aber ja, gute Anmerkung, vielleicht ist das dann Methode Nummer vier. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, kann ich jetzt also noch nicht empfehlen. Gut, das zu den Tasten, jetzt kommen wir zu dem zweiten Problem, den Stuck-Modifier-Bug. Was passiert also? Angenommen, man drückt Shift, man drückt A, man lässt A los, man lässt Shift los, aber die Tastatur verwirft den Shift-Loslassen-Event. Das heißt, Shift bleibt gedrückt und man schreibt weiterhin groß, obwohl man es nicht wollte. Das betrifft nicht nur Shift, sondern auch alle anderen Modifier. Das heißt, zum Beispiel im Neo-Layout den Caps Locken-Modifier, der da sehr wichtig ist und führt dann eben dazu, dass man im quasi einfachsten Fall schreit man halt die Leute online an, im schlimmsten Fall zerstört man sich seine komplette Inbox, weil man die falschen Tastenkombinationen verwendet. Das ist also ein nerviges Problem, was ich unbedingt auch beheben wollte, das ist nämlich mehrfach in der Woche passiert, also durchaus über der Schmerzgrenze. Ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut und laut den verschiedenen Internetforen weiß Kinesis auch von diesem Problem. Dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, aber wenn die davon wissen, wieso korrigieren die das nicht einfach? Und dann in den Foren hieß es halt auch, dass man ein Firmware-Update von Kinesis kriegen könnte. Und dann dachte ich, okay, schreibst du eben wieder den Support an, kennst du ja schon, angeschrieben. Und dann meinten die so, ja, okay, könntest du nicht mal alle diese Debug-Prozeduren durchmachen? Also die Tastatur hat im Originalzustand eben einen eigenen Speicher drin, den kann man resetten, wieder auf Factory Reset und Defaults und so weiter. Und dann gibt es ja so ein paar Prozeduren. Habe ich alles gemacht, habe denen geschrieben, ja, ist immer noch das Problem da, könnt ihr mir bitte einfach das Firmware-Update schicken, das kann doch nicht so schwer sein, oder? Und dann meinten die, ja, okay, ist in Ordnung. Und eine Woche später bekam ich per Post einen neuen Mikrocontroller. Das war also, was sie mit dem Firmware-Update meinten. Der Mikrocontroller ist nämlich auf dem Originalboard gesockelt, dann kann man den einfach runternehmen und die neue Version aufspielen, sozusagen. Die gute Nachricht ist, dass der Shift-Modifier seltener davon betroffen war, aber Capsrock immer noch genauso häufig. Das heißt, so richtig haben sie das Problem irgendwie nicht lösen können. Und dann dachte ich auch, okay, vielleicht kann ich da jetzt nicht darauf warten, dass die sich das tatsächlich nochmal anschauen und fixen und mir dann nochmal einen neuen Mikrocontroller schicken, sondern vielleicht muss ich selber aktiv werden. Was ich dann gefunden habe, ist eine Serie von Blog-Posts von einem Blog namens HumbleHacker. Ihr kennt vielleicht das HumbleHacker-Keyboard, das ist dieselbe Person. Und angefangen hat dieses ganze HumbleHacker-Keyboard mit dem Reverse Engineering von einer älteren Version von der Chinesis-Tastatur. Und die Posts kann ich sehr empfehlen, denn die sind wirklich sehr detailliert. Man sieht dort wirklich auch genaue Aufzeichnungen, also wie die Platinen belegt sind und so. Da hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und mit dieser Serie an Blog-Posts kommt eben nicht nur die Beschreibung davon, wie die Chinesis funktioniert, sondern eben auch ein eigener Keyboard-Controller mit eigener Firmware, der, so wie ich damals dachte, eben nicht von dem Stack-Modifier-Problem betroffen war. Und dann habe ich kurzerhand gesagt, ich habe das Projekt einfach mal versucht nachzubauen. Ich musste es nachbauen und konnte es nicht einfach eins zu eins replizieren, weil das eben eine ältere Version von der Chinesis war. Ich hatte eine neuere Revision, also ein bisschen was hat sich jeweils geändert. Aber im Großen und Ganzen habe ich einfach das vom HumbleHacker nachgebaut. Das sieht dann so aus. Auf der linken Seite seht ihr von dem Eagle-Programm das Layout, was ich hier gemacht habe, zusammen mit einem Freund von mir. Im Wesentlichen in der Mitte der Platine seht ihr eine Stiftleiste, also einen Sockel sozusagen für den Teensi-Mikrocontroller. Da zeige ich gleich noch genau, was es damit auf sich hat. Aber ansonsten ist außenrum nicht mehr so viel Zeug. An allen vier Ecken seht ihr jeweils einen Connector, der sich mit den Modulen von der Tastatur verbindet. Also da sind dann die ganzen Tasten angeschlossen. Und unten drunter einfach noch ein paar LEDs. Das war es dann auch schon. Also die Platine ist relativ schnell gemacht gewesen und relativ schnell gefertigt. Und dann steckt man es da so drauf und programmiert den Mikrocontroller mit der Firmware und dann funktioniert es auch. Ich bin eben sehr vorsichtig vorgegangen in diesem Projekt, weil ich wirklich darauf bedacht war, dass ich eine funktionierende Tastatur hinterher habe. Das war zu dem Zeitpunkt meine einzige Kinesis-Tastatur. Habe also einfach den Teensi++ genommen, wie der HumbleHacker auch, mit der HumbleHacker-Firmware bespielt. Und für vier Jahre lang hat das Ganze gut funktioniert. Jetzt ist die Frage, warum habe ich jetzt überhaupt was daran geändert, wenn es ja funktioniert hat. Und der Grund dafür ist Input-Latency. Leute haben angefangen, über Input-Latency zu schreiben. Und da gibt es wirklich sehr gute Artikel darüber. Unter anderem einen, den ich sehr empfehlen kann, von Pavel Fartin. Der heißt Typing with Pleasure. Derselbe Autor hat auch einen Post namens Scrolling with Pleasure. Und die beiden Posts sind wirklich die besten Artikel, die ich seit langer Zeit gelesen habe. Also kann ich euch wirklich ans Herz lesen. Wenn ihr die noch nicht kennt, lest die mal. Und dann habe ich mich natürlich nach der Lektüre dieses Artikels gefragt, was ist denn eigentlich die Input-Latency von meiner Tastatur, auf der ich Tag ein Tag aus tippe. Und das Problem, wenn man sich so einen eigenen Keyboard-Controller baut, ist, niemand kann einem das beantworten. Man muss es selber herausfinden. Und die nachfolgenden Fragen sind dann natürlich, selbst wenn ich es dann wüsste, was kann ich daran ändern, kann ich irgendwas daran ändern? Und wie weit kann ich gehen mit meinen Änderungen? Das war also quasi so ein bisschen der Einstieg. Schauen wir uns mal an, schematisch ganz grob nur, wo kommt denn eigentlich Input-Latency her? Also was macht denn so ein Keyboard-Controller konzeptionell? Was ich hier abgebildet habe, ist, was könnte passieren, im schlimmsten Fall, wenn man eine Taste drückt. Der erste Schritt, den so ein Keyboard-Controller macht, ist der sogenannte Matrix-Scan. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, die Tastatur ist in so einer Art Matrix verkabelt und da muss eben jede Reihe oder jede Zeile, je nachdem, wie rum man diese Matrix hält, einzeln beschaltet werden und dann einzeln gemessen werden. Das braucht natürlich eine gewisse Zeit und das muss natürlich für alle Reihen gemacht werden. Und dann wird das auch noch üblicherweise in einem bestimmten Intervall gemacht. Es könnte also sein, dass ein Keyboard-Controller alle 10 Millisekunden nur diese Matrix scannt. Das heißt, wenn ihr die Taste drückt und das genau nach einem Matrix-Scan passiert, dann müsst ihr bis zu 10 Millisekunden warten, bis die Tastatur überhaupt erkennt, dass da sich was geändert hat. Was danach passiert und was genau nochmal so lange dauern kann, ist das sogenannte De-Bouncing. Das ist ein Verfahren, mit dem man den mechanischen Effekt, dass wenn man einen Taster betätigt, der erstmal so ein bisschen hin und her wobbelt, und ich zeige das nachher noch genauer, mit dem man das ausgleichen kann, damit man einen sauberen Übergang von gedrückt auf nicht gedrückt oder umgekehrt hat und nicht so einen hin und her, in dem man mehrere Tastendrücke auf einmal bekommt. Und zu guter Letzt werden quasi alle Tastaturen heutzutage über USB angeschlossen. Und USB ist ein Verfahren, welches zumindest in den Versionen, die üblicherweise in Tastaturen zum Einsatz kommen, keine Interrupt-Fähigkeit hat. Das heißt, hier wird ein Polling-Verfahren benutzt. Das heißt, auch wieder in einem bestimmten Intervall wird jeweils geschaut, ob die Tastatur neue Daten an den Computer senden möchte. Das heißt, das sind so die drei Hauptquellen von Input-Latency, die eigentlich jeder Tastatur-Controller irgendwie bekämpfen oder machen muss. Jetzt ist die Frage, wie schlägt sich die Humble-Hacker-Firmware in Bezug auf Input-Latency? Es ist so, dass die Humble-Hacker-Firmware, soweit ich das verstehe, und ich will mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber so verstehe ich das, die Matrix nach jedem USB-Poll scannt. Ich weiß nicht genau, wieso sie sie nicht häufiger scannt. Meine generelle Theorie ist, dass Tastatur-Firmware auf Stromsparen optimiert werden, wenn es um Tastaturen geht, die auch an Mobilgeräten eingesetzt werden können, zum Beispiel an einem Laptop, da gibt es ja Sinn, dass die nicht zu viel Strom frisst, oder dass sie einfach auf Robustheit bzw. einfaches Programmierverfahren optimiert werden, oder dass sich einfach niemand Gedanken macht. Bei den Billigen ist das sicherlich der Fall. Und nach dem Scannen, was also nach jedem USB-Poll passiert, kommt dann das Debouncing. Da wird bis zu acht Zyklen hintereinander gewartet, also nochmal bis zu achtmal Pollen hintereinander. Ich muss gestehen, das Debouncing in der Humble-Hacker-Firmware habe ich damals implementiert. Damals wusste ich noch nicht, was das für Auswirkungen haben könnte. Und wenn ihr euch die Commit-Message anschaut, dann werdet ihr sehen, dass da literally drinsteht, ich habe hier einfach mal acht reingeschrieben und es hat funktioniert. Ich habe es seither nicht mehr angefasst. Da gibt es also wirklich keinen Gedankengang dahinter, wieso das acht sein sollte. Es hat einfach funktioniert und dann dachte ich, es ist gut genug. Mittlerweile weiß ich es besser. Und standardmäßig benutzt die Humble-Hacker-Firmware ein 10 Millisekunden-USB-Polling-Intervall. In einem gewissen Rahmen könnt ihr das nämlich einstellen, einfach im USB-Device-Descriptor. Das ist einfach eine Zahl, also ihr könnt einfach die 10 ersetzen durch eine 1 und dann wird sie häufiger gepollt, sofern eben die Bandbreite auf dem USB verfügbar ist. Das habe ich dann erstmal gemacht, weil so ein 10-fach schnelleres Polling klingt eigentlich gut, insbesondere auch, wenn das Debouncing an den Poll-Zyklen auch ausgerichtet ist. Und dann habe ich aber noch probiert, das Debouncing besser zu machen. Und das werde ich euch gleich noch erklären, wie man das verschieden implementieren kann. Und ich habe das probiert, aber es ist gescheitert. Und was meine ich jetzt damit? Naja, ich hatte eben diese eine Tastatur und auf der konnte ich die Firmware ändern. Und wenn ich die Firmware aber hochgeladen habe, hatte ich keinerlei Möglichkeit, irgendwie eine Debug-Ausgabe zu bekommen oder einen Debugger anzuschließen oder so, weil es einfach in der Hardware nicht vorgesehen war. Das heißt, ich musste quasi blind arbeiten und wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann hat einfach meine Tastatur nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich nicht gut zum Arbeiten. Das ist halt super frustrierend. Ihr macht einen Fehler und auf einmal könnt ihr nicht mehr tippen. Und dann habe ich das also zwei, dreimal probiert und es hat nicht so ganz geklappt. Dann habe ich einfach aufgegeben. Und mein Take-Away davon war dann, okay, offenbar muss ich deutlich mehr über dieses Thema lernen. Und wie lernt man am besten? Naja, man baut es einfach nochmal komplett neu. Und wenn ich mir dann gedacht habe, ja, dann baue ich eine komplett eigene Firmware, dann baue ich sie doch auch für einen neueren Teensi, damit das Design dann nicht so schnell obsolet wird. Ich habe jetzt schon mehrfach von dem Teensi gesprochen. Jetzt wird es Zeit, das zu erklären. Hier oben seht ihr den Teensi++. Das ist ein recht beliebtes, ich sage mal, Microcontroller Development Board. Es ist ein sehr kleines Development Board. Oben in der Reihe und unten in der Reihe seht ihr ganz viele GPIO-Pins, also ganz viele Pins, über die ihr frei verfügen könnt, wenn ihr was basteln wollt. Auf der linken Seite seht ihr einen USB-Anschluss und auf der rechten Seite seht ihr einen Programmierknopf. Und der Clou an diesem Teensi ist eben, dass ihr ihn immer einfach über USB programmieren könnt. Ihr braucht keinen separaten Programmieradapter. Ihr könnt einfach diesen Knopf drücken und egal, was ihr vorher gemacht habt, wie fehlerhaft vorher die Firmware war, der wird sich dann eine neue Firmware über USB einspielen lassen. Und das auch ohne komplizierte Programme. Und deswegen ist dieser Chip eben sehr beliebt bei Bastlern. Also der wird auch in der Modding-Szene und Do-It-Yourself-Szene sehr viel verwendet. Oben ist wie gesagt der Teensi++. Das ist von Atmel, ein AVR-Mikrocontroller. Der läuft mit 16 MHz und unten drunter seht ihr den aktuellen Teensi. Das ist der Teensi 3.6. Der läuft mit 180 MHz und ist in einem Arm-Cortex-M4-Mikroprozessor. Und ich habe mir dann gedacht, ich nehme den unteren, weil der ist aktueller. So, und also die Devise war, bauen wir uns doch einen eigenen Keyboard-Controller. Wie fängt man damit an? Ich habe hier diese geätzte Platine aus dem Schrank geholt. Das ist quasi ein Breakout-Board für die Chinese. Ihr seht, da sind wieder diese ganzen Anschlüsse an den Seiten dran. Und dann habe ich die einfach mal mit so Jumper-Wires verkabelt an den Teensi 3.6, den ihr unten auf dem Bild sehen könnt, und getestet, ob die Belegung, wie ich sie so im Sinne hatte, funktioniert. Natürlich habe ich bei der Belegung noch ein paar Sachen verbessern wollen, zum Beispiel eine serielle Schnittstelle herausführen, damit ich diesmal eben auch Ausgaben haben kann und noch so ein paar kleine Details. Wenn ich dann eh schon dabei war, kann man auch den Schaltplan und das Layout ein bisschen aufräumen. Ich habe nämlich früher, also damals, als ich 2013 die Humble-Hacker-Firmware nachgebaut habe, einfach so lange an dieser Datei gearbeitet, bis es funktioniert hat und sie dann direkt einfach so gelassen, online gestellt, ist schon gut genug. Aber ein paar Sachen konnte man tatsächlich verbessern. Unter anderem das Namensschema hat mich übereingestimmt mit den Namen, die auf den Kinesis-Platinen standen und das macht es ein bisschen kompliziert, weil man nicht so genau weiß, was muss jetzt wie zusammengesteckt werden. Das habe ich verbessert. Es gab ein Platzierungsproblem. Der Keyboard-Controller hat eigentlich in der Mitte nochmal eine Schraube, mit der er festgemacht werden kann. Die hat bei mir nicht richtig gepasst. Der hält auch so, aber schöner wäre es doch, wenn man ihn auch wirklich festschrauben könnte. Und zu guter Letzt habe ich die Keyboard-Matrix umgelegt. Ich hatte nämlich damals einfach die von HumbleHacker verwendet, was dazu geführt hat, dass ich ein Design hatte, was ein bisschen unvorteilhaft war. Und diesmal habe ich es so gemacht, dass sich das Design bequem verlegen lassen kann, weil es ist ja eigentlich quasi egal, wo die Matrix auf dem Keyboard-Controller ankommt. Gut, so sieht dann das fertige Resultat aus. Auf der linken Seite seht ihr die Platine. Diesmal ist sie purple und nicht green, weil ich sie bei Osh Park habe fertigen lassen. Es ist so ein Leiterbahn-Fertigungs-Shop aus den USA. Super bequem. Ihr könnt da einfach eine Eagle-Datei hochladen und die rendern die dann in ganz viele verschiedene Layer und zeigen euch das. Ihr klickt auf Bestellen und dann kommt die ein bisschen später in der Post an. Also bequemer als das geht es eigentlich gar nicht. Die haben auch die ganzen Design-Rule-Files und alles, was ihr braucht, um mit Eagle zu arbeiten. Also das ist wirklich von vorne bis hinten eine sehr gute Erfahrung. Ihr seht wieder, wie die Platine aufgebaut ist. In der Mitte ist wieder ganz viele Pins und dann kommt so ein Teensy drauf und an den Seiten habt ihr wieder diese Ausgänge. Auf der rechten Seite seht ihr wieder, wie es in die Tastatur eingebaut ist. Diesmal geht nicht nur ein USB-Kabel von der linken Seite dran, sondern eben auch die verschiedenen Pins auf der rechten Seite sind auch angeschlossen fürs Debugging. Gut, zur Firmware. Ich habe gesagt, die Firmware bauen wir von Grund auf. Das nennt sich dann Bare Metal, also ohne irgendwie ein Betriebssystem oder sonstige Abstraktionen dazwischen, habe ich direkt mit diesem Mikrocontroller gearbeitet. Was ich verwendet habe an Tools ist der GCC ARM Cross Compiler und die Lib New Lib, damit man einfach so eine grundlegende Umgebung hat. Vom Teensy-3-Projekt habe ich das Linker-Skript wiederverwendet, weil das sonst einfach war mir zu viel Frickelei, das auch noch selber zu machen. Insbesondere, weil es auch nicht so gut dokumentiert ist. Aber dann habe ich einen eigenen Startup-Code dafür geschrieben, den USB-Stick selbst, den USB-Stack selbst integriert und einen komplett eigenen Keyboard-Code dafür geschrieben. Und die Idee ist eben, Bare Metal zu gehen, damit einem wirklich nichts dazwischen funkt. Also damit man wirklich weiß, jede einzelne Instruktion, die gehört dahin, weil ich sie dahin geschrieben habe und dass man wirklich das alles gut durchmessen kann, ohne dass da irgendwas dazwischen kommt, von dem man nicht weiß, was es ist. So, wie schlägt sich jetzt also diese neue Firmware? Das Scanning hat insgesamt einen Delay von bis zu 0,1 Millisekunde. Das kommt jetzt daher, weil wir den Teensy 3.6 auf seinen vollen 180 MHz betreiben, weil, wieso nicht, wir haben es ja. Und wir rufen diesmal die Scan-Funktion einfach in der Schleife auf hintereinander, ohne dass wir warten auf den USB-Poll, sondern wir sagen einfach, scan die ganze Zeit. Und eine kleine Optimierung habe ich noch gemacht, nämlich werden alle Spalten von dieser Matrix mit einem einzigen Speicherzugriff eingelesen. Dazu müssen sie alle an einem GPIO-Port verkabelt werden. Und darauf habe ich eben in meinem Layout geachtet. Und das ist im Wesentlichen so das Einzige, was mir einfällt, was man in diesem Teil optimieren kann. Aber ich dachte, wenn schon, dann schon. So, das Debouncing habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und hier kann man sehen, wie das auf einem Oszilloskop aussieht. Auf der linken Seite sieht man, wie die Taste im Normalzustand ist. Also da ist eben ein Pull-Up, das heißt, sie ist auf einem hohen Pegel und wenn sie dann gedrückt wird, geht sie auf einen niedrigen Pegel. Und auf der rechten Seite, also auf dem rechten Bild, sieht man, wie sie wieder losgelassen wird. Aber was man jetzt eben sieht, ist, dass sie nicht quasi gerade ist und dann direkt runterfällt und dann gerade bleibt, sondern die geht eben runter und dann schwingt die noch so ein paar Mal und dann geht sie wieder hoch und wieder runter und so weiter. Und diesen Prozess, dass sie da so schwingt, das nennt sich Bouncing. Und wie man jetzt Debouncing implementieren kann, also dieses Schwingen ignorieren kann, ist zum einen, man könnte eine recht langsame Scanrate verwenden. Das heißt, wenn man nur alle 5 Millisekunden scannt, dann ist das langsamer, als das Bouncing dauert. Im Datenblatt von Cherry wird die Bouncezeit als 5 Millisekunden angegeben für die MX-Tastenmodule. Es stellt sich raus in der Praxis, nutzen sich die Tastenmodule auch ab. Das heißt, nach den 10 Jahren, die ich auf diesen Tastenmodulen getippt habe, brauchen die deutlich länger. Ich musste das auf 10 Millisekunden hochstellen, damit es wirklich sauber funktioniert. Aber das nur als Detail am Rande. Das heißt, mit einer langsamen Scanrate, ihr seht, bei dem ersten Fall wird ein Wert eingelesen, beim zweiten Fall wird ein anderer Wert eingelesen und das Schwingen ist einfach gar nicht erkannt worden. Und was passiert ist aber, wenn man quasi dort liest, wo der Pegel unten ist? Das wäre dann quasi der Worst Case. Das heißt, man liest gerade, bevor er nochmal nach oben schwingt, sieht dann also, ah, die Taste ist nicht gedrückt oder nicht losgelassen in diesem Fall und muss dann nochmal 5 Millisekunden warten, bis man den eigentlichen Tastenzustand liest. Das heißt, hier bekommt man eine Input Latency von 5 Millisekunden allein durchs Debouncing. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man eine höhere Scanrate hat, also wenn man nicht nur alle 5 Millisekunden scannen will, dann gibt es beliebte Implementationen, die man auch häufig findet, wenn man nach dem Thema sucht, dass man einfach 5 Millisekunden vergehen lässt. Das heißt, wenn man eine Taste als gedrückt erkennt, startet man einen Zähler und zählt sie mit jedem Scan 1 hoch und sobald 5 Millisekunden vergangen sind, sagt man, okay, jetzt kann ich mir sicher sein, dass diese Taste gedrückt ist und dann wird eben der Tastendruck registriert. Das Problem damit ist eben auch, damit hat man auch nochmal 5 Millisekunden Delay. Die bessere Variante ist jetzt, dass man sagt, okay, sobald ich eine Änderung bemerke, registriere ich direkt diesen Tastendruck und danach warte ich, hat letztendlich den selben Effekt, das Bouncing wird übersprungen, aber man hat eben direkt die Statusänderung und damit hat man überhaupt gar keine Lizenz mehr, also keine Verzögerung mehr in diesem Prozess. Beim Taste drücken funktioniert das Ganze ganz genauso. Fazit zu dieser Firmware. Wir haben eine Scanlatency von bis zu 0,1 Millisekunde, die Debouncelatency konnten wir komplett eliminieren und die USB-Pol-Latency haben wir auf den niedrigstmöglichen Wert gestellt, also bis zu einer Millisekunde. Das heißt, die Input-Latency von der Tastatur in dieser Revision, wie ich sie gerade vorgestellt habe, bewegt sich im Intervall von 0 Millisekunden im Idealfall, wenn man gerade so drückt, dass alles direkt passiert, bis hin zu 1,1 Millisekunde im schlimmsten Fall. Die Frage ist natürlich, jetzt können wir das weiter reduzieren und wenn ja, wie? Schauen wir uns mal die USB-Standards an. Ihr seid sicherlich alle vertraut mit USB 1, 2 und 3. Ihr wisst bestimmt alle, dass sich die Geschwindigkeiten unterscheiden von 12 Mbit auf 480, auf 5 Gigabit. Aber was mir neu war, ist, dass die USB-Versionen auch sogenannte Microframes festlegen und die bestimmen eben das Poll-Intervall. Und das Microframe war bei USB 1 auf 1 Millisekunde limitiert und bei USB 2 auf 125 Mikrosekunden. Und bei USB 3 sind sie tatsächlich auf Interrupts gegangen. Das heißt, man hat da überhaupt kein Polling mehr, sondern kann auch sagen, ich möchte jetzt direkt Daten übertragen. Die allermeisten Tastaturen benutzen eine Variante von USB 1. Entweder USB 1.0 Low-Speed sogar oder USB 1.1 Full-Speed. Aber die sind eben alle auf das eine Millisekunde limitiert. Ich habe mir jetzt angeschaut, was ist eigentlich für einen Mikrocontroller auf dem TNC36 drauf. Und das ist von der Firma NXP, von der Kinetis-Serie. Ganz ähnlicher Name, aber was anderes als die Kinesis-Tastatur. Gibt keinen Bezug. Der MK66F in genau dieser Modellvariante, der hat zwei USB-Ports drin. Der hat einen USB-FS-Port und einen USB-HS. Das heißt, das FS steht für Full-Speed, das HS für High-Speed. Das heißt, der FS ist auf 1.1 beschränkt und der HS ist USB 2.0. Diese beiden Ports benutzen komplett separate Software-Stacks. Wie ich mir das erkläre, ist, der USB-FS war halt damals drin, den haben die selbst entwickelt. Und dann haben sie irgendwann einen High-Speed-Port hinzufügen müssen und haben sich gedacht, wir benutzen von Intel das Referenz-Design, haben den dazu gepackt und den alten einfach drin gelassen für Kompatibilität. Der Teensi nutzt jetzt den USB-FS-Port. Wahrscheinlich einfach, weil es den halt schon immer gab und der HS-Port erst später dazu gekommen ist. Der Teensi kann optional aber den HS-Port auch benutzen für den Host-Mode. Das bedeutet, wenn man eine Tastatur oder eine Maus an seinen Mikrocontroller anschließen will, dann könnte man das damit machen. Ich möchte den aber im Device-Mode verwenden, weil ich ja meine Mikrocontroller an den Computer anschließen möchte. Und außerdem ist die Software noch ganz in den Kinderschuhen gewesen, für den Host-Mode vom Device-Mode mal überhaupt noch gar nicht zu reden. Dann habe ich mich direkt beim Hersteller umgeschaut. Von NXP gibt es auch einen SDK, also einen Software-Development-Kit, mit verschiedenen Beispielen, inklusive einem Beispiel dafür, wie man diesen USB-HS-Port verwenden kann. Leider funktionieren diese Beispiele nicht direkt auf dem Teensi, denn der Teensi unterscheidet sich von dem Evaluation-Board, was NXP hat und für das NXP seine Beispiele auslegt, darin, dass er eine andere Clock-Konfiguration verwendet. Also der benutzt einen 12 MHz statt einen 16 MHz-Crystal. Und dann muss man eben die Beispiele erstmal portieren sozusagen. Außerdem hatte ich im seriellen Setup-Code noch ein Problem gesehen, was ich dann auch noch beheben musste, bevor ich eine Ausgabe auf der seriellen Schnittstelle erlangt habe. Leider hat es dann bei mir nicht geklappt, den USB-HS-Port auf dem Teensi mit diesen Beispielen direkt zu verwenden. Und ich weiß im Nachhinein nicht, wieso, weil eigentlich hätte es funktionieren müssen, aber es kann gut sein, dass ich irgendwas übersehen habe bei dem ganzen Portieren. Die Frage war, ob ich nicht einfach mal einen 12 MHz-Quarz in den Teensi packen könnte. Wahrscheinlich ja, aber das ist echt kleine SMD-Fummelarbeit und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich noch nicht in der Lage gefühlt, das zu machen. Später habe ich dann mit den Reflow-Geräten gearbeitet und dann hätte ich es auch machen können, aber damals eben nicht. Also ja, im Nachhinein könnte man viele Sachen anders machen, da werde ich auch noch ein bisschen zu erzählen. Ich habe dann weitergeschaut und eine Firmware gefunden namens U-Tasker. Die läuft auch auf dem Teensi, also der Teensi ist eine unterstützte Plattform davon und die benutzt den USB-HS-Port. Die ist aber relativ schwergewichtig, die kann man also quasi wie ein eigenes Betriebssystem wahrnehmen. Die hat also auch wirklich so einen Scheduler drin und mehrere Tasks und alles Mögliche. Üblicherweise ist das wahrscheinlich schon okay, aber wir wollten bei dem Projekt ja möglichst bare-metal bleiben, damit wir wirklich Kontrolle über alles haben. Da habe ich gesagt, okay, das ist gut als Bestätigung, dass der USB-HS-Port im Prinzip funktioniert, aber ich möchte es trotzdem dann lieber anders machen. Zu dem HS-Port nochmal, der ist optional auf dem Teensi und optional bedeutet in dem Fall, dass der noch nicht mal bestückt ist. Also da ist keine USB-Buchse dran oder so, sondern das sind wirklich einfach die Pins, die ich hier rot markiert habe. Und man braucht also ein Breakout-Board dafür, damit man da eine USB-Buchse bekommt, aber leider ist in der Tastatur nicht genug Platz an der Stelle, an der dieser Mikrocontroller sitzt. Das heißt, selbst wenn man das eben so aufbauen würde und ein Breakout-Board anlöten würde, würde das nicht reinpassen in die Tastatur. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt aber schade. Was machen wir denn jetzt? Bauen wir noch einen Keyboard-Controller. Diesmal benutzen wir also direkt den NXP-Microcontroller statt einen gesockelten Teensi und dann haben wir auch maximale Freiheit darüber, wie das alles vom Layout her ist und wo die Platzverhältnisse passen. Eine Sache habe ich gleich gelassen, nämlich den Teensi-Bootloader-Chip. Ich hatte vorhin angedeutet, dass man beim Teensi mit einem Tastendruck direkt wieder neue Firmware programmieren kann und das war ein Feature, was ich beibehalten wollte. Unter anderem auch, weil ich minimale Änderungen zwischen den verschiedenen Hardware-Revisionen haben wollte, weil es das Debugging einfacher macht. Gerade, wenn man, wie ich, nicht so viel mit Hardware macht. Damit haben wir also den gleichen Programmiermechanismus und man kann sich den einfach im Shop kaufen, dort, wo man auch den Teensi bestellen kann, für eigene Projekte. Das ist wirklich so gedacht. Finde ich ein sehr gutes Angebot. Hier ist dann das fertige Ergebnis. Auf der linken Seite seht ihr wieder die gefertigte Platine, auf der rechten Seite seht ihr die bestückte Platine. Diesmal ist schon deutlich mehr auf dieser Platine zu sehen. Aber im Wesentlichen ist der ganz große Chip, eher so auf der linken Seite von der Mitte, ist der Microcontroller. Der ist jetzt ein bisschen größer als der Teensi vorhin, weil der Teensi eben maschinell gefertigt wird und sich deswegen erlauben kann, die kleinste Bauform von diesem Chip zu verwenden. Aber hier ich die etwas größere Bauform gewählt habe, damit ich das noch von Hand löten kann. Im Nachhinein betrachtet auch wieder könnte man das anders machen, mit besseren Maschinen und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich es halt so machen. Auf der linken Seite von dem Microcontroller seht ihr den Teensi Bootloader-Chip und oben drüber den Programmierknopf. Dann sieht man oben den USB-HS-Port und auf der rechten Seite davon den anderen USB-Port, den USB-FS. Und beim USB-FS ist auch noch die paar Komponenten dabei für die Stromversorgung von dem ganzen Ding. Das war es im Großen und Ganzen auch schon. Eine Sache, zwei Sachen gibt es noch zu erwähnen. Zum einen den seriellen Port, der jetzt auf dieser Stiftleiste rechts von der Mitte rausgeführt wird. Und dann unten drunter ist nochmal genau so eine Stiftleiste für den Programmierport. Das heißt, ich kann nicht nur diesen Programmierknopf mechanisch manuell mit meiner Hand drücken, sondern ich kann auch programmatisch über einen anderen Mikrocontroller den Programmiermodus einleiten. Davon habe ich dann auch Gebrauch gemacht. Ich habe mir also eine Entwicklungsumgebung aufgebaut sozusagen. Auf der linken Seite seht ihr, wie aus der Tastatur ein USB-to-Serial-Adapter rausgeführt wurde. Auf der rechten Seite seht ihr den sogenannten Rebootor. Das ist tatsächlich ein Fachbegriff aus der Teensi-Community. Was man darunter versteht, ist einen zweiten Teensi anzuschließen, der eine spezielle Firmware hat. Und wenn man dann den Teensi-Loader startet, um die neue Firmware auf das Gerät zu laden, dann triggert er erstmal den Programmiermodus. Das heißt, man kann sich wirklich in seinem Editor nicht nur den Compile-Befehl einstellen, sondern den Compile-Befehl verknüpfen mit, wenn die Firmware compiled, dann installiere sie doch gleich mal auf der angeschlossenen Tastatur. Das macht es natürlich sehr angenehm. Nicht nur habe ich mir so eine Entwicklungsumgebung aufgebaut, sondern ich sollte auch dazu sagen, dass ich diesmal nicht den gleichen Fehler gemacht habe wie beim Anfang. Als ich mir also meine einzige Tastatur quasi zerschossen habe. Sondern diesmal hatte ich eine alte Chinesis-Tastatur von einem Arbeitskollegen von mir bekommen, der meinte, ja, die ist mir kaputt gegangen, manche Tasten funktionieren nicht mehr so richtig. Und dann meinte ich, ja, ist mir egal, ich tue eh eigene Elektronik rein, gib mir die doch mal, ich kann damit was anfangen. Und dann habe ich die eben umgebaut und habe mir quasi eine Entwicklungstastatur gebaut. Und das ist jetzt auch die, die ich hier dabei habe. Das heißt, ich habe jetzt eine zu Hause, eine auf Arbeit und die da. Und das ist dann gut zum Entwickeln. Gut, Firmware für diese Controller-Revision basiert auf dem NXP SDK, was ich vorhin schon erwähnt habe. Der USB-HS-Port läuft auf meiner eigenen Hardware ohne Probleme. Das ist sehr gut, denn das bedeutet, dass wir uns ab sofort nicht mehr um die Bare-Metal-Firmware kümmern müssen. Die NXP-basierte Firmware ist auch noch Bare-Metal, aber nicht mehr selbst entwickelt, sondern die benutzt einfach den USB-HS-Stack, der von NXP mitgeliefert wird. Meine Hoffnung ist, dass dieser Stack ein bisschen fehlerfreier ist, als alles, was ich in meiner limitierten Freizeit hätte entwickeln können. Und insbesondere, wenn NXP bei anderen Kunden Probleme findet, dann fließen diese Änderungen da eben wieder mit ein. Das heißt, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass ich dadurch jetzt meine Firmware auf neuere Revisionen von diesem SDK einfacher portieren kann. Werden wir mal sehen, wie sich das in der Praxis bewährt. Aber das war eben die Idee. Ich habe diese Firmware auch komplett mit der MCU-Expresso-IDE implementiert. Das ist vom Hersteller, sorry, eine mitgelieferte IDE. Und mein Fazit zu dieser IDE ist, die erleichtert den Start in das Projekt. Also man hat grafische Tools, um die ganze Clock-Konfiguration und um die Pin-Belegungen einzustellen. Aber abgesehen davon ist sie halt einfach ein Standard-Eclipse, das nicht besonders gut integriert und konfiguriert ist. Das heißt, mein persönliches Fazit wäre, wenn ich nochmal so etwas machen würde, würde ich mit der MCU-Expresso-IDE anfangen, um die Clock-Konfig und die Pin-Konfig zu machen und dann sofort in den Editor wechseln, der mir besser gefällt. Aber ich darf den mal ausprobieren, um es ausprobiert zu haben. Fazit zu dieser Firmware. Die Werte sind jetzt wieder gleich wie vorher. Scan-Latency bis zu 0,1 Millisekunde. Die bei uns keine. Aber diesmal ist die USB-Pol-Latency geringer, denn diesmal können wir USB 2.0 High-Speed verwenden mit nur noch 125 Mikrosekunden USB-Pol-Latency. Damit ist die komplette Input-Latency im Rahmen von 0 Millisekunden im Bestfall bis zu 0,225 Millisekunden im schlimmsten Fall. So, was haben wir daraus gelernt? Die NXP-Mikrocontroller-Dokumentation ist leider eher spärlich. Ich war dann ein bisschen negativ überrascht, weil ich eben früher mehr mit den Atmel-AVR-Controllern gemacht habe, die wirklich sehr vorbildlich dokumentiert waren. Aber bei armen Mikrocontrollern ist das wohl leider normal, habe ich mir sagen lassen, dass da einfach alles nicht so gut dokumentiert ist. Ist ein bisschen schade. Im Nachhinein würde ich auch nicht mehr mit dem Teensi anfangen. Das habe ich einfach deswegen gemacht, weil das historisch gut gepasst hat. Also das war eben die natürliche Entwicklung von diesem Projekt. Aber eigentlich wäre es besser gewesen, mit dem Development Board anzufangen. Das heißt Freedom K66F von NXP. Und dort hat man dann integriertes JTAG-Debugging, ohne dass man nochmal einen Adapter braucht, was sehr bequem ist. Und vor allem funktionieren die Herstellerbeispiele direkt ohne weitere Anpassungen. Und damit hätte ich dann wahrscheinlich einige Fallstrecke einfach direkt übersprungen in dem Projekt. Gut, soviel zum ersten großen Teil von dem Vortrag. Jetzt möchte ich noch motivieren, warum mit dem eigenen Keyboard-Controller wir jetzt auch einen eigenen USB-Hub brauchen. Es ist so, dass in der Kinesis-Tastatur schon ein Hub mitkommt, standardmäßig. Den seht ihr hier abgebildet auf der Folie. Was ihr hier auch seht, ist, dass der oben diese beiden USB-Ports hat, soweit so gut, und dann hat er unten zwei so Steckerleisten. Und die sind eine proprietäre Belegung. Auf dem einen Stecker wird ein USB-Kabel entgegengenommen, was in die Tastatur reingeht. Und auf dem anderen Stecker wird mit dem Keyboard-Controller gesprochen, der sich darin befindet. Allerdings ist es so, dass diese Platine USB nach PS2 konvertiert, weil der Keyboard-Controller eben schon recht alt ist. Also der benutzt auch noch alte Through-Hole-Komponenten und noch keine SMD-Komponenten. Der ist wirklich sehr alt. Und der spricht eben PS2. Das heißt, selbst wenn wir diesen Hub weiterverwenden wollen würden, könnten wir es nicht, weil wir sprechen ja USB und nicht PS2. Außerdem ist es so, dass dieser Hub nur USB 1.1 kann. Und ihr habt ja gerade aufgepasst und bemerkt, dass wir USB 2.0 Highspeed brauchen. Und deswegen können wir den leider nicht verwenden. Außerdem ist es so, dass manche Geräte an diesem Hub nicht funktionieren. Und ich habe mich immer gewundert, warum das so ist. In der Praxis verwende ich den deswegen eigentlich gar nicht. Aber es wäre doch interessant herauszufinden, woran das liegt. Gut. Die Konklusion, bauen wir einen eigenen USB-Hub. Leider habe ich im Netz damals kein freies USB-Hub-Design gefunden und habe deswegen einfach kurzerhand mich selbst ein bisschen informiert. Ich habe mir von fünf verschiedenen Herstellern USB-Hub-Chips angeschaut und mich dann relativ schnell entschieden, dass ich USB 2 benutzen möchte statt USB 3. Denn bei USB 3 sind die Checklisten deutlich länger und es gibt deutlich mehr Sachen, die man beachten muss. Sonst hat man am Ende ein Design, was nicht richtig funktioniert. Das ist für Bastler einfach, also für Bastler auf meinem Niveau muss man einfach mit USB 2 Vorlieb nehmen im Moment. Der Abschluss dieser ganzen Vergleichsarbeit war, dass von dem Hersteller Cypress die HX2VL-Serie die beste Doku hat. Dort kann man nicht nur ausführliche Datenblätter finden, sondern auch ein Referenzdesign, also ein Evaluation Board, dessen Layout man bekommt, dessen Bill of Materials man bekommt, man bekommt eine Design-Checkliste, es gibt einen Forderung mit Community und so weiter. Also die hatten auf jeden Fall die besten Ressourcen. Da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich auf jeden Fall die. Das Resultat davon seht ihr dann hier auf der linken Seite wieder das Platinen-Layout aus Eagle, auf der rechten Seite die bestückte Hub-Platine. In der Mitte, es ist ein bisschen schwer zu erkennen, weil so viel passiert auf dieser Platine, aber in der Mitte sitzt eben der USB-Hub-Chip und alles weitere aus und rum ist eigentlich nur für die Stromversorgung von diesem Hub-Chip und von den USB-Ports. Die USB-Ports brauchen nämlich diese fetten, runden Kondensatoren, damit man das Hot-Plug machen kann, ohne dass da alles kaputt geht und dann ist noch ein bisschen, ein paar Komponenten sind noch drauf, um den Überspannungsschutz für die einzelnen USB-Ports zu realisieren. Denn wenn ihr ein Gerät einsteckt, was sich nicht ordentlich verhält, dann soll natürlich nur der Port abgeschaltet werden und nicht der ganze Hub nicht mehr funktionieren. Ja, bitte? Was war deine Motivation, einen eigenen USB-Hub zu entwickeln, statt einfach was Fertiges zu schlachten? Ah, genau, ja. Sorry, das hätte ich noch sagen sollen. Die Frage war, was war die Motivation, einen eigenen Hub zu nehmen, statt was Fertiges auszuschlachten? Der Grund ist eben zweierlei. Zum einen ist es so, dass dieser Hub eben hier sitzt und diese zwei USB-Ports hier rausgeführt sind. Das heißt, wenn man einen Hub baut, dessen Größenverhältnisse genau so sind, dass er in diese Tastatur reinpasst, dann ermöglicht das, dass man eine Tastatur, also wenn man jetzt noch eine bekäme, warum auch immer, so ändern könnte, dass man also nichts weiter machen muss, als sie aufzumachen, die beiden Boards raus, die eigenen Boards rein, wieder zu. Das ist natürlich ein sehr eleganter Mod, ohne dass man da an das Gehäuse rangehen muss, sich was überlegen muss, abmessen muss und so weiter. Macht es also ein bisschen einfacher auf der Ebene. Der andere Grund ist, auf der Folie seht ihr, dass da unten zwei USB-Kabel reingehen, in den internen Teil von diesem Hub. Und das liegt daran, dass auf der Keyboard-Controller-Platine, hatte ich ja gesagt, wir haben den USB-FS-Port und den USB-HS-Port. Der HS-Port Highspeed wird nur für die Datenübertragung verwendet. Über den FS-Port geht die Stromversorgung. Da könnte man jetzt sagen, warum hast du nicht die Stromversorgung so gebaut, dass sie mit einem von den beiden Ports geht. Und das ginge theoretisch, habe ich aber nicht gemacht, weil ich den FS-Port ohnehin zum Programmieren brauche, weil, wie gesagt, der Teensy-Bootloader nur den FS-Port ansteuern kann. Deswegen dachte ich, okay, wenn man effektiv eh beide angeschlossen haben muss, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall auch einen Hub, weil ich nicht die Tastatur mit zwei USB-Kabeln in meinen Rechner stecken möchte. Und dann soll der auch auf jeden Fall intern sein und gut passen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt einen, der die gleichen Dimensionen hat. Und dann habe ich auch noch was beigelernt. Das so im Großen und Ganzen. Ja. Da wird sich quasi die Frage anschließen, warum überhaupt USB? Denn in Kreisen, wo es viel über den Latency geht, ich sage mal so Gamer, die benutzen einfach PS2, das kann seit 30 Jahren Interrupts auslösen. Ja, genau. Der Einwurf hier war, warum dann überhaupt USB? Weil die Leute, also die Gamer-Kreise zum Beispiel, schwören auf PS2. Wenn du dir diesen Computer anschaust, der hat USB und kein PS2. Und ich möchte hier die Tastatur verwenden können. Also ganz pragmatischer Entschluss einfach. Und auch, weil auf so einen alten Standard zu setzen, führt halt langfristig einfach immer zu Problemen. Deswegen habe ich ja auch den neuen Teensy genommen, weil ich eben nicht, also der alte hatte zum Beispiel Mini-USB, dafür habe ich mittlerweile kaum noch Kabel rumfliegen. Der neue hat Micro-USB, das ist schon mal ein bisschen besser. Es ist immer so ein bisschen ein Hinterherrennen der aktuellen Technik gegenüber. Aber okay, das können wir gerne auch noch später in der Fragerunde genauer diskutieren. Jetzt machen wir erstmal weiter mit dem USB-Hub. In der ersten Revision von diesem Hub hatte ich die Stromversorgung so konfiguriert, dass sich der Hub als bus-powered ausgibt gegenüber dem Computer. Das ist auch korrekt, denn bus-powered bedeutet, dass er seinen kompletten Strom über das USB-Kabel bekommt. Im Gegensatz zu zum Beispiel self-powered, wo man ein aktives Netzteil noch an den Hub anschließen müsste. Habt ihr bestimmt schon mal alle gesehen, einen aktiven USB-Hub, das wäre self-powered. Aber ich habe eben bus-powered, weil ich will ja jetzt nicht noch ein Netzteil mitschleppen für meine Tastatur. Das wäre ja affig. Dann habe ich also meine Geräte angeschlossen in die fertig bestückte Platine und gesehen, das geht mit dem Logitech-Receiver für meinen Trackball zum Beispiel und es geht mit dem YubiKey. Aber was nicht funktioniert, ist meine externe Festplatte. Okay, die braucht vielleicht viel Strom, aber es geht auch noch nicht mal meinen USB-Stick. Und dann dachte ich, das kann ja jetzt schon nicht sein. Ich habe dann in das Syslog geschaut und der Linux-Kernel teilt mir hier mit, dass er eine USB-Konfiguration verworfen hat oder zurückgewiesen hat, weil nicht genügend Strom verfügbar ist über diesen bus-powered Weg hin zum Gerät. Und dann dachte ich, aber die Geräte gehen doch an anderen USB-Hubs, die auch bus-powered sind. Und dann habe ich alle gekauften Hubs, die wir zu Hause hatten, untersucht und festgestellt, dass alle von sich behaupten, self-powered zu sein, obwohl sie es gar nicht sind. Und das liegt einfach daran, dass man damit die Power-Calculation im Kernel umgeht und self-powered laut Standard eben 500 mA über alle Ports zulässt, statt bei bus-powered nur 100 mA pro Port. Und solange die Endkunden dann nicht zu viele stromhungrige Geräte gleichzeitig anschließen, funktioniert es schon irgendwie in der Praxis, aber es ist halt nicht korrekt. Und dann dachte ich, okay, da sollte ich dann eben wohl an der Stromkonfiguration das so ändern, dass der Kernel versteht, wie viel Strom ich hier wirklich brauche. Also ich wollte es auch so ein bisschen tricksen, wie die gekauften Hubs, weil das soll schon genauso angenehm funktionieren. Und habe dann also ein EEPROM auf die Platine gelötet. Das hatte ich am Anfang in der ersten Revision nicht. Das heißt, ich habe noch eine Revision fertigen müssen mit einem EEPROM, in der ich dann den Max-Power-Wert konfigurieren konnte. Stellt sich hinterher heraus, das war unnötig, weil ich Max-Power falsch verstanden hatte. Ich dachte, das ist der Strom, den der Hub an sich braucht und den er weitergeben kann. Das war aber falsch. Sondern Max-Power ist nur der Strom, den der Hub für sich braucht. Und für die eigentliche Stromproblematik hier muss man wirklich nur Self-Power auf Bus-Power umstellen. Und Max-Power ist egal. Aber nachdem ich das EEPROM schon hatte, konnte ich eben auch den Manufacturer und den Product-Name und die Seriennummer ändern, was vorher eben nicht möglich war. Das heißt, vorher hat sich der Hub gemeldet als einen Standard-Cypress-USB-Hub. Und hinterher kann ich dem jetzt auch meinen eigenen Produktnamen vergeben. Da dachte ich, ja, dann behalte ich doch das EEPROM, das ist doch schön. Das EEPROM ist programmierbar nicht nur, bevor man es auf die Platine lötet, sondern auch hinterher. Weil der Cypress-Chip eben die Funktionalität hat, dieses EEPROM auch zu beschreiben. Und Cypress liefert dafür ein Programm mit, das nennt sich Blaster. Und das Programm gibt es nur für Windows und es ist leider recht schwer zu installieren. Also auf dem aktuellen Windows 10 ist es schwierig, weil es gibt irgendwie nur alte Treiber. Und dann das irgendwie richtig hinzufummeln, dass das alles funktioniert, hat mich irgendwie über eine Stunde gekostet. Es gibt auch eine Linux-Version für USB-3-Chips von Cypress, aber eben nicht für die älteren USB-2-Chips. Da konnte ich es mir also nicht abschauen, wie es funktioniert. Aber ich habe dann also unter Windows, nachdem ich das alles aufgesetzt hatte, mir mal genauer angeschaut, was da passiert. Und das ist auch gar nicht schwer. Ich habe das hier in vier Zeilen Go-Code auf die Folie gepackt. Man öffnet das USB-Gerät und schickt dann den herstellerspezifischen Request mit der Nummer 14 hin. In diesem Request gibt man einen Index an, der kann sich zwischen 0 und 63 bewegen, um die ganzen 128 Bytes von dem EEPROM anzusteuern. Und kann dann entweder zwei Bytes lesen oder zwei Bytes schicken, je nachdem, welche Transportrichtung man für den Request setzt. Also das Programmieren und Auslesen von diesem EEPROM ist damit denkbar einfach. Und ich habe auch ein kleines Tool veröffentlicht, mit dem man das von vorne bis hinten machen kann. So, nochmal, um zur Stromversorgung zurückzukommen, nachdem ich dann das ganze EEPROM-Zeug gemacht hatte, habe ich eben gesehen, dass man Self-Powered versus Bus-Powered an dem Chip nicht im EEPROM umstellen kann, sondern an den Beinchen umstellen muss. Also man musste eins statt auf High auf Ground setzen. Und das habe ich dann gemacht und vorgegeben effektiv, dass dieser Hub eben auch Self-Powered ist. Und tada, der USB-Stick funktioniert auf einmal zuverlässig und die externe Festplatte funktioniert auch, zumindest solange man sie als erstes oder einziges Gerät an diesen Hub anschließt, weil die eben viel Strom braucht zum Anlaufen. Aber das war so quasi der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt funktioniert der deutlich besser als der Original-Hub. Gut, kommen wir zum dritten und letzten Teil des Vortrags und dann gibt es noch die Fragerunde. Hier möchte ich auf die Input-Latency-Messungen eingehen. Ich hatte mir dann gedacht, jetzt wo ich eine eigene Tastatur habe, in der ich weiß, wie hoch die Input-Latency ist und in der ich sie auch nachmessen konnte, experimentell, um das zu bestätigen, wäre es doch auch schön, wenn andere Leute auch davon profitieren könnten und auch Input-Latency-Messungen anstellen könnten. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen unkomfortabel, wenn andere Leute dafür erstmal einen Tastatur-Controller bauen müssen, den sie ja vielleicht gar nicht brauchen und wollen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, diese Firmware eben auf das Freedom Evaluation Board zu portieren. Das seht ihr hier abgebildet. Man kann das für ca. 60 US-Dollar in jedem größeren Elektronik-Shop kaufen. Und unten rechts auf der Folie seht ihr, der hat einen Debug-Anschluss. Das ist das, über diesen Anschluss kann man das JTAC betreiben. Und der Anschluss oben drüber ist eben USB-High-Speed für an den Computer anschließen. Dieses Board hat dann noch drei Taster. Ich habe mich für den Switch 3 entschieden, aber ist egal, die sind alle gleich gut. Und wenn man den Switch 3 betätigt, dann wird eben die Messung gestartet. So, die Mess-Firmware ist fast wie die Keyboard-Firmware mit ein paar kleinen Anpassungen. Und konzeptionell, was hier gemacht wird, also wie die Mess-Methodik funktioniert, ist, wenn man den Switch 3 drückt, dann wird ein Caps-Lock-Tastendruck an den Computer geschickt. Warum Caps-Lock? Weil das der einzige Tastendruck ist, der eine Bestätigung vom Computer erhält, wenn er verarbeitet wurde. Der Computer schickt nämlich, ganz rechts seht ihr das, ein Hit-Report, also ein Human-Interface-Device-Report zurück, in dem er sagt, okay, Tastatur, schalte jetzt mal die Caps-Lock-LED auf folgenden Zustand. Und das nutzen wir aus, indem wir von Caps-Lock-Schicken bis hin zu Caps-Lock-Hit-Report-Empfangen messen. Was wir noch rausrechnen müssen, ist die USB-Pol-Latenz. Das ist hier am Anfang eben die 125 Mikrosekunden, wenn wir USB 2.0 Highspeed verwenden. Und am Ende findet nochmal eine USB-Transaction statt, einfach weil der Hit-Report ja auch vom Host an das Gerät übertragen werden muss. Aber das zwischendrin ist dann eben die Processing-Latency. Also man unterscheidet bei der Ende-zu-Ende-Latenz zwischen Input-Latency, alles was die Tastatur verursacht, Processing-Latency, alles was der Computer braucht zum Verarbeiten, und Output-Latency, alles was der Monitor braucht, um das dann auch wirklich anzuzeigen, was sich geändert hat. Gut, auf dem Host, wie gehen wir hier vor? Die Messmethodik ist, wir müssen folgende Komponenten auf jeden Fall messen, weil wir quasi nicht höher rankommen, ohne eigene Kernel-Module zu schreiben. Wir vermessen den USB-Host-Controller, das ist so ein Chip auf eurem Mainboard. Dann vermessen wir den Linux-Kernel, speziell hat er einen USB-Treiber drin und einen Input-Treiber. Und dann vermessen wir noch die Input-Event-API, das heißt FDEF unter Linux. Was wir aber nicht messen, ist X11 oder Wayland oder sonstige grafische Komponenten, sondern wir haben, wie auf der rechten Seite der Folie abgebildet, einfach ein kleines Programm, welches direkt mit dem Linux-Kernel spricht, über die FDEF-API und Tastendrücker entgegen nimmt. Und wann immer es einen Capsrock-Tastendruck entgegen nimmt, dann setzt es direkt die Capsrock-LED. Damit kriegen wir also die geringstmögliche Latenz auf der Host-Processing-Seite und können das benutzen, um Messungen anzustellen. Ich habe jetzt diese Processing-Latency auch nochmal mit Wireshark bestätigt. Wireshark hat nämlich ein USB-Mon-Modul, mit dem man auch den USB-Datenverkehr von der Host-Perspektive messen kann. Das seht ihr hier rechts abgebildet. Was da natürlich nicht drin steckt, ist die USB-Pol-Zeit und die USB-Transaction-Time, weil das ja zum Gerät hin nur passiert. Ich habe dann ein Ubuntu 17.10 genommen, einfach weil es eine sauber durchversionierte Linux-Distribution ist, die auch den meisten Leuten geläufig ist, habe die gebootet. Und die Processing-Latency, die ich im Mittel messen konnte, betrug 152 Mikrosekunden. Also wirklich recht gering. Mich hat es dann auch noch interessiert, wie ist denn die Processing-Latency von einem typischen Text-Editor. Und dann habe ich ein bisschen Emacs-Lisp-Code geschrieben, den ihr auf der rechten Seite seht. Was der macht, ist, wann immer man eine Taste drückt und der Tastendruck in diesem Buffer verarbeitet wird, wird die Caps-Lock-LED eingeschaltet. Das heißt, damit kann man sich die Caps-Lock-Taste vorher umdefinieren auf irgendeine andere Taste. Und sobald der Emacs dann die Taste erhält, wurde sie nicht mehr vom Betriebssystem verarbeitet, sondern wird von Emacs verarbeitet. Und was ich hier dann gemessen habe, auch wieder mit dem Ubuntu 1710 und dem Emacs 2522, ist eine Verarbeitungs-Latency von im Mittel 278 Mikrosekunden. Da ist jetzt die Baseline nicht drin, also die 152, die wir vorhatten, müssen da nochmal drauf verdient werden. Machen wir das doch mal schnell. Haben wir hier die Ende-zu-Ende-Input-Latency. Wie gesagt, Matrix-Scan in unserer Tastatur ungefähr 100 Mikrosekunden, USB-Pol 125, Linux 152, Emacs 278 und im Total kommen wir dann auf 655 Mikrosekunden. Da kommt dann natürlich nochmal die Output-Latency dazu, weil wir Monitore üblicherweise mit 60 Hertz Bildwiederholrate betreiben. Das bedeutet nochmal zwischen 0 und 16 Millisekunden. Aber 0 und 16 Millisekunden, okay, und darauf dann nochmal die 655 Mikro, das ist ja dann quasi nicht mehr der Rede wert. Jetzt ist die offensichtliche Frage, okay, aber wozu das Ganze? Nehmen Menschen überhaupt diese Input-Latency wahr? Und diese Frage wollte ich ein bisschen empirisch beantworten, weil mir eben keine Studien dazu bekannt sind und dann habe ich kurzerhand das Latency-Spiel entwickelt. Das Spiel spielt man mit eben dieser Tastatur und wie das funktioniert ist, das Spiel stellt zusätzliche Eingabelatenz in der Tastatur ein. Das heißt, die Tastatur tut langsamer, als sie ist, je nachdem, ob das Spiel vorher gesagt hat, dass sie langsam sein soll oder nicht. Und der Spieler muss dann ein bisschen tippen und sich dann entscheiden, habe ich hier Latenz gespürt oder nicht. Und in den höheren Levels wird die Zusatzlatenz immer niedriger. Das heißt, es wird immer quasi geschaut, wie sensitiv ist man auf diese zusätzliche Eingabelatenz. Jetzt muss man nochmal betonen, es ist nicht die totale Latenz, die wir hier kontrollieren können, sondern nur zusätzliche Latenz. Es gibt uns also nicht wirklich einen, es ist nicht super korrekt wissenschaftlich gesehen, was wir hier machen, aber es ist zumindest ein gutes Indiz. Ich habe dann auf dem letzten Kongress 17 Leute das spielen lassen. Der beste Spieler, den wir hatten, konnte 15 Millisekunden zusätzliche Eingabelatenz zuverlässig unterscheiden. Aber einige Spieler konnten bereits 75 Millisekunden nicht mehr unterscheiden. Das heißt, was nehme ich davon als Takeaway? Naja, es gibt Leute, für die ist das relativ wichtig oder die können das wirklich wahrnehmen. Und dann gibt es ganz viele Leute, denen ist es total egal. Und das beantwortet dann auch die offensichtliche Frage, wenn du jetzt eine Tastatur bauen kannst, die so viel besser ist als die anderen Tastaturen, die es auf dem Markt gibt, warum machen die großen Hersteller das dann nicht? Und die Antwort ist, weil es die meisten Leute nicht interessiert. Das ist also wirklich ein sehr ernischen Projekt hier. Okay, Fazit zu alledem. Nummer eins, ich habe eine sehr schnelle Tastatur. Das fühlt sich gut an, darauf zu tippen, aber ich gebe vollkommen zu, dass ich da einen Bias habe, weil ich sie auch selbst gebaut habe und dann fühlt sich das ohnehin gut an. Nummer zwei, ich habe viel gelernt über PCB-Design, über ARM-Mikrocontroller, mit denen ich vorher noch nichts zu tun hatte, über USB, wie es funktioniert, Human Interface Devices und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt, einige von euch haben sicherlich Blogposts gelesen, die vor einer ganzen Weile durch die Computermedien gegangen sind, von wegen, dass damals alles besser war und der Apple II hatte die beste Eingabelatenz und moderne Computer sind alle so schlecht. Das stimmt offensichtlich alles gar nicht, sondern moderne Computer haben eine sehr niedrige Processing Latency und solange ihr gute Peripherien nutzt, also nicht die schlechteste Tastatur für das wenigste Geld, die ihr finden konntet und den schlechtesten Monitor, der die höchste Verzögerung hat, seid ihr wahrscheinlich gut aufgestellt. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen, nämlich, je mehr man an der Input-Latenz optimiert, desto mehr Latenz kann man sich natürlich an anderen Layern im Stack leisten. Das heißt, grob gesagt, wenn ich meine Tastatur sehr schnell habe, kann ich in meinem Texteditor sehr viel Unsinn machen und nehme trotzdem noch keine Latenz wahr. Ich könnte zum Beispiel jetzt anfangen, Atom zu benutzen oder so. Gut, kommen wir ans Ende meiner Folien. Wie gesagt, gleich habt ihr noch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Dafür wird es dann bestimmt auch ein Mikrofon geben. Ich möchte euch noch bitten, mir Feedback zu geben zu dem Vortrag. Ihr könnt dazu entweder jetzt direkt diesen QR-Code scannen oder nachher auf den Folien in dem Link klicken. Und bevor wir die Frage einleiten, bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diesen sehr informativen und interessanten Vortrag. Wir haben noch genau zehn Minuten, also noch perfekt, um Fragen zu stellen. Ich habe noch eine Anmerkung, wie man an Taster mit Diode drankommt. Und zwar gibt es von Cherry das MX-Bot 3.0. Das kostet 65 Euro und da sind über 100 Taster drin. Man muss sie halt nur noch auslöten. Aber das geht sehr einfach, habe ich selber schon gemacht. Okay, vielleicht bist du einfach sehr gut im Auslöten. Meine Observation ist, dass es wahrscheinlich für mich schneller geht, Tasten aufzumachen und Dioden reinzutun, als Tasten auszulönen. Aber je nachdem, welche Techniken du zur Verfügung hast und wie geübt du bist, ist das ein guter Punkt. Ja, danke. Eine Frage, die ausgelöst wurde davon, dass du vom Neo-Layout gesprochen hast. Diese Tastatur hat ja Tastenkappen, die sehr unterschiedliche Formen haben, eben wegen dieser Form von der Tastatur. Das heißt, du kannst sie wahrscheinlich nur im ursprünglich ausgelieferten Layout benutzen. Das heißt, wenn du auf Neo umschaltest, tippst du quasi blind und guckst bloß nicht auf die Tasten. Sehe ich das richtig? Das ist genau richtig, ja. Es gibt tatsächlich auch andere Tastenkappen-Beschriftungen. Also man kann von Kinesis die Tastatur auch kaufen mit aufgedrucktem Dvorak-Layout, auch als Zweit-Layout. Ich habe mir auch überlegt, Arbeitskollegen von mir haben quasi so eine Aktion gestartet, wo sie gesagt haben, wir drucken uns mal ein eigenes Set an Tastenkappen. Wollt ihr irgendwas Spezielles draufhaben? Und ich habe mir dann überlegt, will ich das Neo-Layout da draufgedruckt haben und habe mich dann dagegen entschieden. Denn Neo ist das Layout, was ich ohnehin schon blind tippen kann. Und da brauche ich die Beschriftung eigentlich nicht. Wohingegen die Beschriftung brauche ich aber dann, wenn ich in irgendeiner Umgebung Neo nicht verwenden kann. Zum Beispiel in meinem BIOS oder so, wenn ich irgendwas eingeben muss. Und dann dachte ich, ah, ist vielleicht doch ganz gut, die Beschriftung zu haben, wie sie tatsächlich ist. Und ab der Betriebssystem-Ebene oder Bootloader-Ebene kann ich ja dann eigentlich schon blind tippen. Also ja, das ist richtig so, aber ist für mich kein Problem in der Praxis. Hast du den Stromverbrauch mal verglichen und gemessen? Mit der originalen zum Beispiel? Ich habe ihn nicht mit der originalen verglichen, weil ich glaube, ich mittlerweile keine Originalboards mehr habe. Der Stromverbrauch bewegt sich innerhalb der Spezifikation. Ich glaube, das ist sowas wie 90 mA für diesen Controller unter Last. Und der ist ja permanent ausgelastet, weil er permanent scannt. Also ja, so viel in etwa muss man rechnen, aber das ist ja quasi vernachlässigbar für die Umgebungen, in denen ich die Tastatur verwende. Was ich beim Debouncing nicht ganz verstehe, ist, warum machen andere Leute eigentlich dieses Ding, wo sie tatsächlich warten, bis das Debouncing zu Ende ist? Das ist eine super Frage. Und ich glaube, wenn man mal eben ein bisschen googelt, wie man Debouncing macht, findet man das zuerst. Und das funktioniert ja. Also ja, ich glaube, da sind die Leute einfach nicht so tief in die Materie eingestiegen. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, weil es hat abgesehen davon eigentlich keinen Vorteil, den ich erkennen kann. Okay. Jetzt bin ich auch noch für was anderes Neugierig, nämlich Emax kann jetzt so schnell auf die Caps Lock Taste antworten, aber kann Emax tatsächlich auch Zeichen malen so schnell? Ja, ich habe das tatsächlich, ich habe das hier nicht im Vortrag angegeben, aber ich habe mit dem iPhone, das hat ja so eine 240 FPS Kamera, habe ich das auch nochmal optisch nachgemessen. Und das scheint zu stimmen. Also das Problem mit einer 240 FPS Kamera ist natürlich, dass sie nicht fein genug aufgelöst ist, um wirklich solche Aussagen treffen zu können, weil du eben, ein Frame ist eben 4 Millisekunden wert quasi. Und 4 Millisekunden ist furchtbar viel für die Werte, mit denen wir hier agieren. Das heißt, mit einer 1000 FPS Kamera könnte ich noch genauere Messungen anstellen, hatte aber gerade keine da. Aber es scheint alles so zu passen. Also es scheint wirklich nicht nur die Verarbeitungs-Latency so gering zu sein, sondern die Ausgabe-Latency ist auch quasi vernachlässigbar. Zumindest innerhalb dieser Granularität von den 4 Millisekunden, die ich messen konnte. Okay. Okay, hier kamen jetzt gerade irgendwie drei Fragen genau gleichzeitig hoch. Will irgendjemand direkt antworten oder soll man einfach drei nachgehen? Ich glaube, hier vorne war eine Direktantwort. Okay. Ja, eine Anschlussfrage, wo wir es gerade vom Debouncen hatten. Es gibt ja auch noch dieses Analog-Debouncen quasi, indem man einfach noch einen Kondensator einfügt. Hat das deiner Ansicht nach Vor- oder Nachteile? Weil dadurch glättest du ja sozusagen diese... Da hast du recht, aber was das effektiv macht, ist warten. Nur eben in Hardware. Also ja, der offensichtliche Nachteil... Also der Vorteil ist, du musst dich in der Software nicht mehr damit rumschlagen. Es sind irgendwie 40-Zeilen-Code, also... Ja, ist nicht so schwer. Aber der Nachteil ist eben, du verbrauchst deutlich mehr Hardware beim Bauen, also deine Platine wird deutlich komplizierter und effektiv wartest du damit auch nur. Also es hat keinen Vorteil. Eher Nachteile, würde ich sagen. Dann da hinten. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja Go-Stick ganz eliminiert durch die Dioden. Das ist korrekt, ja. Hast du beim USB-Übertragen des Keystrokes auch die 6-Key-Beschränkung eliminiert? Nein, habe ich nicht. Das liegt einfach daran, dass ich in meinem persönlichen Anwendungsgebrauch mir nicht vorstellen kann, wie ich jemals mehr als 6 Tasten gleichzeitig drücken müsste. Und außerdem gibt es einen konkreten Vorteil, wenn man quasi das einfache Verfahren macht. Und das ist nämlich, dass die Implementation deutlich einfacher wird. Denn dein BIOS verwendet den quasi runtergebrochenen, einfachen Subset vom USB-Tastatur-Standard und dein Betriebssystem kann den auch. Und das ist, woher diese 6-Tasten-Limitation kommt. Also 6 Tasten und einen Modifier-Zustand. Und wenn man jetzt wollte, also wenn man die umgehen möchte, dann musst du eben einen separaten USB-Hit-Modus implementieren und dann implementieren, dass die Tastatur zwischen den verschiedenen Konfigurationen wechseln kann. Das heißt, wie das dann passieren würde, ist beim Booten hast du am Anfang den limitierten Modus, dann startet dein Betriebssystem und schaltet sie in den vollen Modus. Und das hatte für mich so wenig greifbare Vorteile, dass ich mir gesagt habe, den Aufwand mache ich mir nicht. Insbesondere, weil es halt deutlich mehr Code auch ist und deutlich mehr Zeug, was kaputt gehen kann. Und was ich auch mit verschiedenen Betriebssystemen hätte testen müssen. Und so ist es halt einfach, ja, du nimmst die Referenzimplementation vom Hersteller und die funktioniert im BIOS und im Betriebssystem, aber sie hat halt diese Beschränkung. Also der Hintergrund meiner Frage ist, ich benutze was für Maschinenstenografie und da ist es ein Anwendungsfall, weil mit 6 NQ Rollover funktioniert das absolut nicht. Okay, das muss ich wissen. Und deswegen würde mich interessieren, ob das noch möglich ist nachzuimplementieren, weil die Chinesis-Tastatur war bisher sehr interessant für Stenografen, aber eben nicht benutzbar. Ah, okay. Also vielleicht können wir uns da noch unterhalten. Ja, gerne. Das ist super interessant. Da bist du die Erste, die mal wirklich einen Anwendungsfall für mehr als 6 Key Rollover hat, der nicht nur Gaming-Leute sind, die das cool finden. Ja, das freut mich. Da können wir uns gerne nachher noch unterhalten. Darüber spreche ich mich einfach nochmal an. Hier vorne noch eine Frage. Beim Ghosting habe ich jetzt ein Ding konzeptuell nicht verstanden, nämlich der Chip, der hat doch weniger Kabel, die reingehen, als es Tasten gibt. Korrekt, ja. Das heißt, es gibt irgendwelche Tastenkombinationen, die gar nicht an den Chip mitgeteilt werden können, oder? Doch, doch. Also, okay, ja, da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Die eine Variante, das Ghosting zu eliminieren, ist, dass du quasi schaust und sagst, es gibt Tastenkombinationen, die nie gültig sind, weil sie Ghosting verursachen würden. Und das ist tatsächlich der hardware-sparende Ansatz, Ghosting zu vermeiden, indem man sagt, ich designe meine Matrix so, dass die Tastenkombinationen, die Leute selten drücken würden, so darlegen, dass die, diejenigen sind, die ungültig sind. Das muss man sich auch, ich habe da noch einen Link in der Folie drin stehen, wo ein sehr guter Blogpost beschreibt, wie man so eine Matrix designen würde. Ich würde dir raten, das mal durchzulesen, weil danach ist wirklich auch alles klar. Ich kann das jetzt nicht innerhalb von einer Minute hier erklären. Aber der Punkt ist eben, mit den Dioden kannst du es wirklich so machen, dass alle Tasten Kombinationen verfügbar sind, ohne dass es Ghosting gibt. Okay, danke. Hier vorne war noch eine Frage, direkt hinter dir. Wenn ich mir jetzt so eine Modifikation kaufen wollte, oder ich hole mir quasi von dir deine Pläne, schicke die irgendwo hin, was ist denn dann so insgesamt der Preispunkt? Gute Frage. Ich habe alles, was du brauchst, um das zu machen, veröffentlicht. Also es gibt es unter github.com slash kinex minus project, ist auch auf den Folien verlinkt natürlich. Und ein bisschen das Problem ist, dass man bei Oshpark nur in Multiplen von drei bestellen kann. Das heißt, du kannst dir nur immer drei Keyboard-Controller bestellen und drei USB-Hubs. Drei Keyboard-Controller kosten 162 Dollar, die USB-Hubs kosten irgendwie nur 50 Dollar. Das heißt, das wäre der Platinenpreis, sofern du nicht eine Gruppenbestellung mit anderen Leuten machst. Und der Komponentenpreis bewegt sich für beide Builds jeweils drei Stück bei circa 50 Euro. Du brauchst natürlich noch Werkzeuge, also einen guten Lötkolben und so weiter. Wenn du das alles noch nicht hast, dann muss man noch ein bisschen mehr ausgeben. Aber klar. Okay, für eine letzte Frage haben wir noch Zeit. Hier vorne? Habe ich das richtig verstanden, dass das Einzige, was verhindert, dass man mehr als sechs Tasten auf einmal drücken kann, Software ist? Das ist korrekt, ja. Gut, dann wie immer, der Speaker vermutlich wird nicht sofort weggebeamt, sondern er ist noch da. Ihr könnt gerne noch mal nachfragen stellen. Noch ein letztes Mal vielen Dank. Das war super informativ. Vielen Dank.